Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Start in die neue Saison 2023. Wir haben ja ein paar Tage auf uns warten lassen. Das hatte so ein bisschen den Grund, dass wir in Almerima eigentlich gar nicht so wirklich weggekommen sind. Und als es dann hätte gehen können, war der Gashebel kaputt und dann gab es den nicht. Und da musste ich was basteln und dann war auch der Tag eigentlich da, wo ich spätestens hätte das Video machen müssen. Und das Ganze hat mich dann so ein bisschen runtergezogen und habe gesagt, komm, jetzt muss ich mal eine Pause machen. Mittlerweile haben wir es aber tatsächlich geschafft, aus Almerima wegzukommen. Und wir sind weiter wieder nach Norden hochgefahren. Ihr seht, drei Tage Regen. Ich sage euch, das ist hier geschüttet. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und heute musste ich tatsächlich mal nach sechs Wochen mal vorsichtshalber unseren Strom wieder anschließen, weil es hätte sein können, dass wir sonst die Nacht wäre zumindest knapp geworden. Und ich sage euch, wenn die Gefriertruhe aufgetaut ist, das ist kein Spaß denn mit Moni. Also lieber heute mal das erste Mal wirklich seitdem wir überhaupt die neuen Solarpaneele drauf haben, an den Strom gegangen. Jetzt hat es wirklich mal einen Moment Pause hinter mir. Hier seht ihr so das Gebirge. Eigentlich genau hinter mir ist Denia in diese Richtung. 60 Meilen ist Ibiza. Und so ein ganz kleines bisschen dort hinten, dort ist Kaipe. Kennt man ja. Kaipe hat man ja schon mal gehört. Ibiza auch schon. Denia bin ich mir nicht so sicher. Aber ist da hinten, ist auch unser nächster Zielhaben. Wir sind aktuell in Altea. Das haben wir uns angeguckt, auch für Freunde mal eine Runde geguckt hier. Ganz netter Hafen. Das erste Mal, dass wir zu einer Begrüßung ein Säckchen gekriegt haben. Also dafür lohnt es sich vielleicht schon mal hierher zu kommen. Aber ansonsten ist der Ort, naja, würde ich nicht sagen. Aber kommt später. Also wir sind zurück. Die neue Saison startet. Also zu Anfang zeigen wir euch nochmal ein bisschen da, wo wir wirklich angekommen sind in Almerima. Wir hatten ja diese Technik-Videos gemacht gehabt. Aber die Saison starten wir jetzt wirklich da, wo wir auch in Almerima angekommen sind. Und dann geht es Stück für Stück weiter. Also nicht vergessen, auch hier unseren QR-Code, der irgendwo zum Schluss hier oben ist. Wenn ihr Lust habt, uns auf ein Weinchen einzuladen, ihr seid da hemmungslos. Wir nehmen alles, wie es kommt. Und wenn ihr Spaß dran habt, ein kleines Abo. Oder hier unten irgendwo auf der Seite einen... Warte mal, wenn ihr mich seht, ihr seht mich. Ja, genau, hier unten. Also da unten ist der Daumen hoch. Nicht vergessen. Also viel Spaß mit dem Video. Ja, genau, hier unten. Ja, genau, hier unten. Hey Leute, schaut euch das an. Seht ihr das hinter mir? Heute Morgen bei Frost losgefahren. Heute Mittag in Zürich bei minus 1 gefüllt minus 6 Grad gelandet. Und jetzt um Viertel vor sieben abends ein Almerima. Und glücklicherweise ist die Crew von der Vincenta noch da. Und schaut mal, was die gemacht haben. Kann man das lesen? Die haben Benvenidos selbst geklöppelt. Willkommen an Bord. So muss es sein. Wir sind einfach zu lieb, diese Vincenta-Jungs. Nee, ich meine so alles in Ordnung. Ja, aber es sieht doch aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Ja, das ist das Feindste, was hier war. Ich hatte, wenn hier war das schon mal, das Fenster war. Prost! So, kommst du zurück? Hoffentlich hat man das gesehen. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. So, aber hier kann man nochmal sehen. Die haben hier vom Hafenhaus gestern unser Boot nochmal abgespritzt, bevor wir gekommen sind. Da oben kann man dann mal sehen, wie das ausgesehen haben muss, wie viel Salz hier auf dem Boot gewesen ist durch diese Stürme. Wir haben meistens den Wind von dort hinten gehabt. Und das ist dann hier über den Steg drüber weggegangen und hier unten durch. Und die Boote sind dann bei so einem starken Wind, egal ob von dieser Richtung oder von der anderen, richtig im Salznebel. Und das setze ich natürlich überall ab hier. Aber trotzdem, sieht alles gut aus. Innen drin riecht es gut. Nur, wir haben ein Problem gehabt, das Ozon. Haben wir ja immer laufen gehabt. Wir haben ein Ozon, das läuft immer so jeden Tag zwei Stunden. Das war vielleicht ein bisschen zu viel. Ich zeige euch gleich mal, wieso. So, seht ihr das? Das Shirt lag draußen so, dass, also es war nicht im Schrank drin. Es war zusammen gefeilt, es hat draußen gelegen. Guckt euch da rein. Und Schatzi? Wie, wie fühlst du das? Es ist zu hoch. Wie, wie fühlst du das? Im Hintergrund gerade konntet ihr noch sehen, die schneebedeckten Gipfel der Sierra Nevada. Und wir sind endlich wieder zurück an Bord von unserer Azubo. Ist natürlich noch viel zu tun. Das ist euch ja wahrscheinlich auch klar. Wir haben also noch viel zu tun. Aber wir haben Glück und die Crew der Vincenta ist noch da. Die Vincenta steht hier hinter mir. Und die planen mit kommendem Montag dann abzureisen. Und dann werden sich unsere Wege leider trennen. Und von daher werden wir heute nochmal einen Ausflug mit denen machen. Gestern waren wir unterwegs. Muss man mal so drehen, glaube ich, sieht der mich besser. Gestern waren wir unterwegs, haben uns ein Auto organisiert. Und die Zeit, bis sie beiden uns verlassen, werden wir noch ein bisschen mit denen ausnutzen. Und dann wird es ein bisschen intensiver mit unserer Azubo. Und dann wird es ein bisschen mit unserer Azubo. Und dann wird es ein bisschen mit unserer Azubo. Und dann wird es ein bisschen mit unserer Azubo. Und dann wird es ein bisschen mit unserer Azubo. Und dann wird es ein bisschen mit unserer Azubo. Ja, wirklich ein nettes Städtchen, dieses Mujakar. Hier, was ihr im Hintergrund seht, wird demnächst unsere Strecke werden Richtung Katarina. Und hinter diesen kleinen Hügeln, dieser weiße Fleck, das ist Gerutscher, dort, wenn wir Zwischenstationen machen. Und wir sind gerade fertig mit dem Frühstücken. Ganz vorab nochmal die Informationen, die Orcas legen wieder los, haben wir gerade gelesen in Facebook. Es geht wieder rund von Gibraltar bis sogar schon hoch in die portugiesische, vor die portugiesische Küste. Und jetzt sind sie schon wieder aktiv, sind sie schon wieder aktiv. Unglaublich. Unser Rat an euch. Wirklich unser Rat. Wir haben es ja so gemacht. Und die, die wir kennen und die heile durchgekommen sind, sind auf die gleiche Art und Weise hierher gefahren ins Mittelmeer. Ja, fahrt dicht unter Land. Schaut immer wieder, dass ihr nicht gerade dann losfahrt, wenn ein paar im Main vor euch eine Attacke läuft. Heutzutage mit dieser Facebook-Gruppe, die es da gibt, lässt sich das ja als einzigstes wirklich relativ aktuell erfahren. Und macht nicht so wie wir erst außerhalb des Hafens das Funkgerät an. Das ist uns auch passiert. Sondern macht es gleich an. Man hört es ja dann auch manchmal über das Funkgerät. Dann gibt es die Seiten, die ihr euch anschauen solltet. Orca Iberica im Internet. Und es gibt Orca Portugal. Wobei die portugiesische Orca-Seite für unsere Dafürhalten mittlerweile etwas aktueller oder schneller ist. Das ist natürlich nicht so schnell, wie es Facebook sein kann. Aber bei Orca Iberica war es zumindest am Ende des letzten Jahres so, dass die sehr, sehr träge gearbeitet haben. Wie gesagt, unser Rat. Dicht unter Land fahren. Sehr mühsam. Ganz wirklich ist es mühsam. Wir sind immer auf dieser 20-Meter-Linie geblieben, weil wir immer wieder gehört haben, dass die Orcas, wenn sie dann auf Boote losgehen, immer von weit unten kommen. Und diese Möglichkeit nimmt die Ideen schon, wenn ihr auf nur 20 Meter Wassertiefe fahrt. Und wenn sie dann von unten hochkommen, erst nachdem sie auf euer Ruder gegangen sind, sieht man sie dann erst. Unsere Empfehlung. Dicht unter Land. Diese Möglichkeit, dass sie von unten euch überraschen, ist dann schon mal etwas schwieriger für die. Dann ist im letzten Jahr, hat sich dann herausgestellt, was sie gar nicht mögen, ist Sand im Wasser. Da ist natürlich die Problematik, wie viel Sand wir zu mitnehmen. Da musst du ja zig Kilo haben, weil man kann sie ja nicht unter dir groß schwimmen sehen, weil sie oben dunkel sind. Und du musst ja rund um dich herum über den Heckbereich hinweg Sand streuen, damit dort Sand ist, wenn sie gerade da auftauchen. Damit sie merken, überhaupt da ist was. Solange ihr in den Fahrrad seid, wird es sowieso schwierig. Aber Sand funktioniert. Darum sagen wir auch wiederum, dicht unter Land fahren. Dadurch, dass die Wellen auf den Strand und in die Felsen da einschlagen, ist garantiert eine gewisse Menge an Sand vorhanden im Wasser. Und zum anderen, dämpft es auch die Geräusche, die er selber verursacht. Wir selbst sind mit Tiefenmesser angefahren. Nur den Vorwärtsscannen haben wir ausgehabt, damit es nicht unnötig viel wird. Aber den Tiefenmesser haben wir angelassen, weil so dicht unter Land, also für mein Gefühl, man kann es ja machen, aber für mich wäre das zu gefährlich gewesen. So, und was unsere Taktik eigentlich auch bestätigt, ist, wenn ihr im Internet schaut, die Seite Cruisers Association, also CA. Und da müsste man sich normalerweise anmelden. Einen Tipp habe ich vom Olli, von Plan B. Wenn ihr auf diese Seite geht, das ist eine englische Seite, und einen Moment wartet, dann springt die Seite automatisch ohne Anmeldung auf diese Orca-Seite. Dort haben sie die Statistik geführt, wo sind Boote angegriffen worden, auf welcher Wassertiefe. Und auch da werdet ihr sehen, es sind im Übrigen fast ausschließlich Seegeboote, aber das sollte ja mittlerweile jedem bekannt sein. Und die meisten werden halt eben so in tieferem Wasser um 200 Meter angegriffen. Wir sind auf 20 Meter gefahren und auch dort in der Statistik seht ihr, dort sind die wenigsten Angriffe. Also, das nur unser Tipp für euch. Die Seite Cruiser Association im Internet, Orca Iberica und Orca Portugal. Dort gucken wir nach. Moni hat Facebook, da ist sie aktuell und lasst euer Funk an. So, mittlerweile gibt es auch von Orca Portugal eine App, die ihr euch runterladen könnt, die sich Orkinos nennt. So, da habt ihr auch nebenbei gleich mal unseren morgendlichen Weckdienst gehört. Das Fitnessstudio von der anderen Seite des Hafenbeckens hat morgens immer Punkt halb zehn auf der Terrasse angefangen mit irgendwelchen Spinnings oder sowas. Und die haben die Musik mal richtig aufgedreht, aber war ja gerade zu hören. So, es ist wieder mal Westwind aufgekommen. Eine ganz komische Wettbewerbsituation hier vor Ort. Wir haben immer tagelang wirklich ziemlich starken Ostwind. Und dann wechselt es für ein, maximal anderthalb Tage auf West. Und dann, wenn es West ist, ballert es hier direkt in den Hafen hinein. Ihr seht, die Ruckdämpfer sind wirklich nicht unnötig. Ja, und dann hier nochmal ein Blick in die Hafeneinfahrt. Hinten seht ihr die Mauer, wie es so ist. Aber ab und zu sieht man, wie hinten das Wasser über die Mauer geht. Da ist schon mal klar, was da draußen jetzt gerade für eine Welle steht, wenn Wind gegen Welle unterwegs ist. Aber schaut euch bitte auch nochmal diesen spektakulären Himmel an. Ist das nicht unglaublich? Und hier ist dann gleich auch nochmal zu sehen, was die Natur mit Booten macht, wenn nicht alles hundertprozentig gesichert ist. So, jetzt erstmal Kaffeezeit. Schön Kaffee-Belis. Und zwar genau dort. Schatzi, können wir nicht ganz in den Schatten gehen? So, Pause. Was ist denn das für eine Arbeitsanstellung? Ich habe mich gerade mal hingesetzt. Das, ihr Lieben, ist Alex. Alex ist Leiterin des TO-Stützpunkts in Al-Mirima und betreut auch die Kreuzerabteilung, wie ihr hier an der Fahne sehen könnt. Und das alles aus ihrer Wäscherei heraus hier das Lava-Centro in Al-Mirima. Sie ist wirklich die gute Seele des Hafens. Wenn ihr irgendwas braucht, irgendwelche Informationen braucht sie und ihr Mann Udo, können euch jederzeit weiterhelfen. Und wenn ihr Pakete geschickt haben wollt nach Al-Mirima, schickt sie hier ins Lava-Zentrum. Sprecht Alex an. Sie gibt euch die Adresse und es kommt hundertprozentig an. Die beiden haben wir wirklich sehr, sehr ins Herz geschlossen. Ihr werdet sie noch öfter in unserem Film sehen, weil wir gemeinschaftlich Abende verbracht haben. Aber das Schlimme ist, wir haben jetzt die Nachricht bekommen, dass Alex ganz schwer erkrankt ist und ihr Mann sich sehr große Sorgen macht. Mein Hase, wir drücken dir die Daumen. So, da wir mal wieder einkaufen einstehen, möchte ich euch hier mal eine unserer neuen Errungenschaften vorstellen, die wir in Deutschland bei einem der Discounter, der mit dem A erworben haben, für glaube ich nur 14 Euro. Und zwar ist das das perfekte Teil zum Einkaufen. Schnell zu tragen, aufgeklappt, ist es wie so ein Hacken-Porsche. Wir haben natürlich noch keine Erfahrung damit, wie lange er erhelfen wird, aber bislang hat er wirklich gute Dienste geleistet für diese ganze Getränke-Schlepperei und so. Ist er wirklich super. Also lasst uns auf zum Moni's Lieblings-Lebensmittelmarkt, zum Mercadona. Dieser und wie auch der Koviran sind beide ganz dicht am Hafen dran. Dort hinten in der Ecke, hinter dem rechten Mast, ist der Mercadona. Und ebenso 200 Meter entfernt von unserem Liegeplatz aus ist der Koviran. Und da ist er auch schon, das muss man ja wirklich sagen, es hat schon eine gewisse Atmosphäre, wenn man hier in Spanien einkaufen geht. Munter Palm. Ja, und so sieht er aus, wenn er aufgeklickt ist. Kleiner Unterschied. Wir waren gerade hier im Mercadona. Das ist, wie bei uns, Edeka. Und vor ein paar Tagen waren wir noch bei uns einkaufen. Da standen wir im Supermarkt, ich glaube 50 Leute vor der Kasse, und es war offen eine Kasse. Hier sind wir jetzt gerade zur Kasse gegangen. Da sind alle Kassen offen. Da steht schon ein Mädel und winkt uns sogar, dass wir zu ihr kommen können. Also zur Kasse hin, direkt Zeug aufs Band gelegt und raus. Wo geht's okay. So ihr Lieben, das soll es für die erste Folge gewesen sein. Wir müssen jetzt mal wieder langsam reinkommen in die ganze Geschichte. In der nächsten Folge werden wir euch noch ein klein wenig mehr informieren über Al Mirimar, über die Möglichkeit, sein Boot über Winter dort liegen zu lassen und welche Vorteile Al Mirimar, aber auch welche Nachteile die haben. Und wo wir auch noch darauf hinweisen müssen, nur wenn ihr glaubt, weil die Vim Schinter uns auf ein Getränk eingeladen hat, dass unser Durst kleiner geworden ist. Auf gar keinen Fall. Den QR-Code, den ihr seht, bitte mit dem Handy abscannen. Dann kommt ihr direkt zu PayPal. Dort habt ihr dann die Möglichkeit, uns auf ein Weinchen einzuladen oder uns bei den Liegegebühren so unterstützen oder was auch immer. Ihr könnt es aussuchen. Also, bis, na ich sage mal, vorsichtshalber für nächste Woche, 15 Uhr, sonntags. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank.